Hier erkläre ich dir ganz kurz und knapp alle Bedienelemente des Equalizers am X32. Zuallererst mal musst du den Kanal auswählen, an dem du arbeiten möchtest. Bei mir ist es jetzt Kanal 1, wo ich dieses Mikrofon angeschlossen habe. Und dann kann ich mir den Equalizer hier einstellen und zusätzlich auch auf dem Bildschirm anzeigen lassen, wenn ich das möchte, indem ich hier einfach auf View drücke. Dann gibt es vier sogenannte Bänder, vier Equalizer-Bänder. Die sind hier mit Low, Low-Mid, High-Mid und High gekennzeichnet und heißen auf dem Display 1 bis 4. Wenn ich also bei Low was anpassen möchte, dann befinde ich mich hier in dem Band für die tiefen Frequenzen. Tiefe Frequenzen bedeutet tiefe Töne oder Bässe, ganz häufig genannt. Und dieses tiefe Band ist eben dafür da, die Bässe anzupassen. Und wie wir die anpassen, das können wir ganz individuell einstellen. Wenn ich hier den Gain nach rechts drehe, dann siehst du hier, kommt eine Kurve, du hörst aber nichts. Das hängt daran, dass der Equalizer noch ausgeschalten ist. Denn um was zu hören, um die Veränderungen des Equalizers auch tatsächlich hörbar zu machen, beziehungsweise überhaupt aktiv zu machen, müssen wir den Equalizer einschalten. Das machen wir über diese Taste. Und dann hören wir plötzlich, was ich hier gemacht habe, nämlich die Bässe in meiner Stimme anzuheben. Hier über diesen Gain-Regler können wir also anheben oder absenken. Und damit wird meine Stimme dünner oder auch voller. Wie jetzt diese Anhebung und Absenkung passiert, beeinträchtigen die anderen beiden Regler. Q und Frequenz. Frequenz bedeutet, an welcher Frequenz, also an welcher Tonhöhe, wo wird jetzt angehoben und abgesenkt. Und ich verschiebe das einfach mal und du hörst direkt, der Klang wird ganz anders. Die Frequenz, an der angehoben wird, ist ganz ausschlaggebend dafür, wie das Ganze klingt. Und was dann auch noch Einfluss auf den Klang hat, ist der sogenannte Q-Faktor. Q bedeutet, wie breit ist die Absenkung. Also wie viele Frequenzen rechts und links neben der ausgewählten Frequenz werden noch mit angehoben oder abgesenkt. Breit klinge so, schmal klingt so. Und sowohl für breit als auch für schmal gibt es Anwendungsbeispiele, die du in einem ausführlicheren Video gezeigt bekommst. Wenn du jetzt nicht nur in den Bässen was ändern möchtest, sondern vielleicht auch noch zusätzlich in den Mitten oder auch zusätzlich noch in den Höhen, dann hast du gerade schon gesehen, musst du erstmal hier zwischen diesen verschiedenen Bändern, nennt man das, umschalten. Du hast also vier Möglichkeiten, an denen du im Frequenzband Anpassungen machen kannst. Du kannst in den Bässen was machen, in den Tiefmitten, in den Mitten, in den Höhen und hast so ganz viel Spielraum, um klanglich deinen Kanal, dein Instrument, dein Signal, was auch immer dort ist, anzupassen. Aber jetzt fehlt noch ein Taster und zwar der Mode-Taster. Und der hat Einfluss darauf wiederum, wie es klingt, also welche Art von Filter verwendet wird. Schauen wir uns das mal für Filter 1 an. Hier haben wir jetzt aktuell einen sogenannten Glockenfilter. Ein Glockenfilter sieht halt eben aus wie eine Glocke und den kann man jetzt aber umschalten in der Form, wie es aussieht, beziehungsweise natürlich klingt. Wenn ich hier einmal draufdrücke, dann wird von PEQ auf VEQ umgeschalten und das ist immer noch ein Glockenfilter, aber einer, der ein bisschen breiter ist. Das soll wohl einen Vintage Equalizer eher nachbilden. Dann, wenn ich nochmal draufdrücke, dann wird das Ganze zu einem sogenannten Cut-Filter. Also jetzt werden die Bässe, wie du siehst, an dieser Linie abgeschnitten. Und dann, wenn wir nochmal drücken, wird es zu einem Shelf-Filter. Ein Shelf-Filter hebt eben ab der Frequenz, die ausgewählt ist, alles drunter jetzt in diesem Fall an. Und die äußeren beiden Bänder, also Band 1 und Band 4, können alle diese vier verschiedenen Glockenfilter, Shelf- und Low-Cut-Kurven einnehmen. Und das hohe Band ebenfalls. Die beiden mittleren, die kann man lediglich zwischen einem parametrischen und einem Vintage-parametrischen Equalizer umschalten. Wie gesagt, das hat Auswirkungen auf die Breite und den Klang des Ganzen. Zusätzlich zum Equalizer, was ich auch noch irgendwie zum Equalizer zählen würde, ich mache mal die Bässe wieder ein bisschen zurück, ist der Low-Cut. Der Low-Cut, der ist ja hier auch im tiefen Band über den Mode-Schalter einschaltbar. Aber es gibt nochmal einen expliziten Low-Cut. Das heißt, wir können zusätzlich zu diesen vier Bändern auch noch einen zusätzlichen Low-Cut einfügen, der also die Bässe abschneidet. Und der befindet sich hier oben in der Config- und Preamp-Sektion. Hier steht Low-Cut, den können wir hier einschalten und die Frequenz anpassen. Ob du jetzt den Low-Cut im Equalizer benutzt oder den expliziten Low-Cut, macht keinen so großen Unterschied. Ich persönlich benutze aber am liebsten den Low-Cut als expliziten Low-Cut und habe dann das tiefe Band frei, um es auch als parametrischen Equalizer zu benutzen. Denn ist dieses Band mal als Low-Cut eingestellt, habe ich es ja nicht mehr für andere Einstellungen zur Verfügung. Und das wäre meine Empfehlung an dich. Benutze am allerbesten den Low-Cut hier oben und dann brauchst du dieses Band nicht dafür benutzen und hast es für andere Einstellungen verfügbar. Dieser Low-Cut, der ist relativ steil. Der senkt hier recht stark ab und es hat natürlich klangliche Auswirkungen. Wenn wir jetzt eine weniger starke klangliche Auswirkung haben wollten und trotzdem ein Low-Cut, dann könnten wir das machen, indem wir das tiefe Band hier als Low-Cut verwenden. Denn du siehst hier, die Flankensteilheit nennt man das, ist etwas flacher und hat somit andere klangliche Auswirkungen. Das hier wäre der Low-Cut des Equalizers, das hier wäre der explizite Low-Cut, beide an derselben Frequenz.